Jo, hallo und herzlich willkommen, ja mal wieder hier bei Gobbo LP, ich bin's Gobbo, ja ich wollte eigentlich nur sagen, ab morgen geht es dann wieder geregelt nach Planlos, also morgen kommt Ärmlich, Montag kommt dann erstmal wahrscheinlich, ja nichts, obwohl ich habe schon was aufgenommen, das kommt dann halt erstmal Montag. Vielleicht mal hier Warframe an den Minecraft Tagen, weiß ich noch nicht, dann Dienstag kommt auf jeden Fall Left 4 Dead, Mittwoch dann halt wieder, gar nichts, Donnerstag, also nach Plan, abgesehen von Minecraft immer noch. Und ja, ich habe ja jetzt etwa ein paar Sondersachen hochgeladen, die kamen merkwürdigerweise sogar alle gut an, Warframe hatte ich ja eh vor, vorzusetzen, das kam ziemlich gut an, Warcraft 3 kam ganz gut an, merkwürdigerweise kam Yu-Gi-Oh! sehr gut an. Das war echt eigentlich einmalig geplant, ähm, das Spiel hat mir eigentlich immer Spaß gemacht, äh, und es kommt scheinbar ziemlich gut an, also wird es vielleicht mal nochmal dazu kommen, dass ich es hochlade, morgen kommt Ärmlich, und ja. Boah, ich bin fertig, das war jetzt die erste Schulwoche nach dem Ferien. Ja, dieses Getagged Video kam, Let's Talk About Real Shit kam, Yu-Gi-Oh! kam, und das war es eigentlich schon in der Woche, weil ich habe einfach nichts gebacken gekriegt. Also, ich war zu Hause, ich war auch vor dem PC, nur, ich kam nach Hause und war zu demotiviert, irgendwas zu tun, außer mich, außer zu zocken. Ich habe die ganze Zeit gezockt, ich habe nie was hochgeladen, ich hätte sogar Zeit gehabt, nur, ich war einfach so demotiviert, ich hoffe, ihr versteht, das hätte einfach keinen Sinn gemacht, irgendwas aufzunehmen, und, ja, ganz ehrlich, ich war, ich war die Woche einfach zu fort, tut mir leid. Das wird sich jetzt aber nächste Woche ändern, und, ja, dann geht es wieder los, denke ich, hoffe ich, vermute ich, nehme ich mal an. Äh, ja, Ärmlich morgen wird hoffentlich gut ankommen, es war eine eher demütigende Runde, aber es sind zwei Runden, keine Angst, und, ja. Freut mich auf jeden Fall, dass die Spiele so gut ankamen. Bis dann. Tschüss.